Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs atmen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Atmet. Atmete. Hat geatmet. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich atme. Du atmest. Er atmet. Wir atmen. Ihr atmet. Sie atmen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich atmete. Du atmetest. Er atmete. Wir atmeten. Ihr atmetet. Sie atmeten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geatmet. Du hast geatmet. Er hat geatmet. Wir haben geatmet. Ihr habt geatmet. Sie haben geatmet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich atme. Du atmest. Er atme. Wir atmen. Ihr atmet. Sie atmen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich atmete. Du atmest. Er atmete. Wir atmeten. Ihr atmetet. Sie atmeten. Den Schluss macht der Imperativ. Atme du. Atmen wir. Atmet ihr. Atmen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb atmen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.